Hi Leute, was geht ab? Ich bin Kassel und ich möchte euch heute Capillato verfinden. Capillato ist ein Jump-in-Run-Server, wo es bisher leider nur zwei Parcoursen gibt. Aber es wird an einem dritten gearbeitet und die Lobby wird auch von Größe an. Also, joinet mal auf Capillato, weil Capillato gibt es richtig geile Parcoursen. Denn ich werde auch mal auf dem Minecraft-Server spielen. Es bringt sich auf der 1.9-Server-Server-Server ist unten in der Videobeschreibung oder hier eingeblendet. Nice again. Viel Spaß mit dem Video. Junge, warum schießt du auf mich? So Leute, dann geht auch schon die Runde los. So, lol, Capture the Rule ist ein mega cooles Spiel. Ich bin grad mit dem Team Blau. 40, was ist 40, oder? Genie. Oh! Man kriegt Fallschaden! Oh mein Gott! Ich muss einen Gold-Apple essen. I'll eat a Gold-Apple. Da kommt ein roter Team-Mate, da kommt ein roter, da kommt ein roter. Ach! Er hat aber ganz viel Fallschaden kassiert. Okay, ich führe sein Werk zu Ende. Okay, ich habe sein Werk zu Ende geführt. Ich hoffe. Warte kurz. Das ist Türkis? Ja, je! Man muss eine Wolle von den Gegnern klauen! Ich habe es noch nie gecheckt, weil ich es noch einmal gespielt habe. Ey, ey! Okay, was fehlt uns noch? Uns fehlt, wir müssen gelb und orange erobern. Okay. Wo sind denn die beiden? Ach, auf der anderen Seite. Jetzt habe ich das ganze Spiel erst mal gecheckt, Alter. Okay, uns fehlt nur noch die gelbe Wolle. Okay, überlebt, überlebt, überlebt. Überlebt. Überlebt, Alter. Der Dei. Wie sah nur so aus? Junge! Warum schießt du auf mich? aus. Achtung runter. Und? Gold-Appel. Gold-Appel. achten scheißen nicht annehmen nur anliegen n weil ich weiß nicht spielen nicht und kommen und trotzdem nicht annehmen und nur anmeldet 8 in den roten ich habe keine gelben wollen ach so muss mehr gelbe wollen ich habe noch 265 minuten hat man die zeit und nicht noch mehr gelbe wolle zusammen okay wir nehmen jetzt einfach die mittel weg kann ich noch nicht bauen ja auch nicht ab hier kann ich anscheinend ach du kocke wir haben nur 180 minuten zeit scheiße gas 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 ich hab's überlebt jetzt guckst du aber jetzt guckst du dich an es wäre jetzt sogar eine energie hinzumachen die leute ich das kenne ich riskierst wir haben noch wir haben noch 277 minuten zeit die haben noch 271 minuten 108 ab du scheiße jetzt wird es echt knapp das prachtwerk wurde noch nicht beendet da muss ich heute noch einfach fast durch leute ist mir zu riskant nämlich bei 49 minuten ok gas 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 die blöcke hat direkt da angefangen dann perfekt weitergepläst die blöcke die blöcke nun doch einfach die blöcke Sport geworden? Spur hat gewonnen!! GG Leute, wollen wir noch nen 2. Runde zocken? Die 2, Alter! Dann! Okay, leute! Wir müssen jetzt alle zusammenhalten! Herr, oha, Bull, Bridge, Alter. Pro. Scheiße. Okay, wir müssen jetzt alle im Team rübergehen. Im Team. Ach, du Kacke. Geplaced, Alter. Geplaced. Ich bin gestorben. Das ist ein cooler Kampf, würde ich sagen, Alter. Hier, 40, äh. 40 versus 40. Boah, das müsste es gehen, Alter. Puli, ist das mit dir falsch? Oh, aufgesammelt. Wir haben noch 180 Minuten Zeit. Okay, okay, okay. Gas, 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 Gas. Die anderen haben auch schon was aufgesammelt. Ich bin Team Blau. Und hier ist grün. Okay, 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 okay. Und hier ist richtig viel abbaus. Das muss ich verhindern. Da oben ist der Rote. Er hat bemerkt, dass ihn jemand entdeckt hat. Ja, 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 jetzt staunst du was. Ach, du Kacke. Ab nach unten, ab nach unten. Wir haben die orangene Wolle verloren. Gas. Okay, überraschendseangriff, Leute. Pass, 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 pass. Dann muss ich wohl hier beschützen, Alter. Okay, ich beschütze grün, weil grün haben sie noch kein bisschen von. Da ist es nicht so schlimm, wenn sie an Wolle rankommen. Oh, das macht ich gar nicht. Oh! Nochmal getroffen. Ich habe keine Pfeile mehr. Okay, okay, okay. Den Gold habe ich jetzt. Ich habe keine Pfeile mehr, aber scheiße. Ich brauche jetzt so ein Wachtuch. Willst du nämlich davon abhauen? Ja, ja, jetzt siehst du, was mit den Leuten passiert, die ja versuchen, was zu klauen. Ich mache noch ein Video. Machen wir kurz ein Crafting Table. Und Sticks. Ich habe einen Anruf zu Sticks, aber es wird mal eine kleine Base hier. Ich habe es verloren. Scheiße. Geh fliegen. Acht Meter. Okay, Leute, lasst eine positive Händung da. Ich bin auch gerne in den Kanal. Ich sage, ciao.